Princess of Wales, Kate will royale Regelwerke neu schreiben. Im lässigen Weißensnäherkern schlendert Kate Ruin, Princess of Wales, 41, am Mittwoch, 8. Februar 2023, ins Landau Foto College in Derby. Hier trifft Kate die medizinische Offizierin Priet Kandi, die erst kürzlich von ihrer Polartour durch die Antarktis zurückgekehrt ist. Nach einem kleinen Begrüßungs-Faugs-Pass, von dem sich die 41-Jährige kein bisschen aus der Ruhe bringen lässt, geht das Programm wie geplant weiter, bis Kate plötzlich ihre Jacke auszieht, um ganz lässig zwei schwere Reifen hinter sich herzuziehen. Eine Trainingsmethode, die nicht nur ihre Fitness unter Beweis stellt, sondern auch ihre Rolle in der Royal Family einmal mehr verdeutlicht. Die Aufnahmen, die Kate beim Ziehen der Reifen zeigen, sind ein deutlicher Beweis für ihre Bereitschaft und ihr Selbstvertrauen sowie für ihre Fähigkeit. Sich in ihrer Umgebung einzufügen, erklärt Darren Stanton gegenüber der britischen Zeitung Meera und fügt hinzu, es ist schwer vorstellbar, dass irgendein Mitglied der königlichen Familie es zulässt, in dieser Umgebung gefilmt und fotografiert zu werden. Und es zeigt, wie sehr Kate daran interessiert ist, über Protokolle hinweg zu sehen und das royale Regelwerk neu zu schreiben. Wenn es darum geht, wie sie und William sich in der Öffentlichkeit darstellen. Anführungszeichen. Weiter betont Stanton, man kann die Entschlossenheit in ihrem Gesicht sehen. Zu beeindrucken, und sie blickt beruhigend in Richtung ihres Publikums, das sie ermutigt. Wir sehen Kate in den Aufnahmen, wie sie bereitwillig die Anweisungen der anderen annimmt, um mitzumachen. Anführungszeichen. Darren Stanton stellt zudem fest, dass Kate immer selbstbewusster wirkt und ist sich sicher. Dass sie eines Tages eine sehr beliebte Königin sein wird, sie ist wunderbar selbstbewusst in ihrer eigenen Haut. Was man an ihrer entspannten Haltung, ihrem aufrichtigen Lächeln und ihrem stets engagierten Gesicht erkennen kann. Und sie scheut sich nicht zu zeigen, dass sie sich manchmal nicht allzu ernst nimmt. So der Experte für Körpersprache seit sie die Prinzess of Wales ist, haben wir gesehen. Wie Kate sich in großem Selbstvertrauen entwickelt hat, und dieser Wunsch, mit ihren Untertanen in Kontakt zu treten, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie später eine sehr beliebte Königin sein wird. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Mirakook. Verwendete Quellen, Mirakook. Verwendete Neumann